nein doch richtig jetzt bin ich drin mir nach jungs mir nach folgt mir holt mich ja ab oder mal jetzt warten hier dann muss ja auch schläger ja da ist ja auch da ja also muss ich doch allein laufen als ich verlegen wird einfach im sand die frage wo sagst du mir das nicht früher da habe ich doch gerade ihm gesagt der flieg halt nein es ist selbstwort gewandt sandor das bahnleuchte sondern aber das ist nicht leuchtet ist jedoch keine aber das ist nicht unser sandi wo ist unser satten ich sitze doch in einem der hier umfährt warum wir hier vermerisch mein nick ja aber wir wissen dass du hast einfach kein style sorry der da sondern was von ich hasse leichte an da kommst du wirklich nirgendwo hoch ist behindert und da kommen ja auch nicht lang man jetzt habe ich 31 fps jetzt geht's los weil jetzt kann man richtig anfangen das spiel mal flüssiges blendezeit anhalten ich musste ultimate will sein als andere nicht dahin stehen wo ich ihm sag dann halt nicht stirbt doch da kommt noch ein foto da kommen noch einige nach das ist tot ja ich hole den jungs wo liegt er denn jungen wo liegste und kalt ja das ich habe ich habe ich habe ihn schon du du brauchst nicht mehr hin rennen kannst mich gleich mitbeleben kriegst ja habe ich doppelt aber ich brauche nochmals eine und die man doppelte jetzt kann ich nicht mehr jetzt bin ich tot aber schon mein leben riskiert für euch dann wurde ich von der schnellfeuer sniper gerät der erste scheiß hair racer eben warum kommt keiner oh unser sunday wird angegriffen ja ja den haben wir schon wieder geklärt ich hole ihn übrigens der scheiß hair racer von dem ich sprach ich habe ihn geholt ja den haben wir auch er hat er gefahren oh leck jetzt hab ich k k k k k k k mal wieder die wollen sie fertig beim laufen habe ich den geheadshot so macht man das ne fertig machen würde ich das was die hier machen nicht nennen die machen wir fertig das sind würde ich auch so nicht wenn er ja ich bin durch da kämpft einer hinter euch ich bin tot gesehen erkennt mehrere die kinder hat mich erschossen kämpfen alle in den felsen und warten immer bis du runter hüpfst und dann holen sie dich ja eben die können nix können sei da wurde schon wieder c4 auf einem einsatzschutz anlager gezündet und das nächste c4 aber es hat den sati ja nicht so mal wieder auf nicht töten ich bin sagen damals tötet mein sony nicht kennt ihr nicht die genfer konvention auf sanitäter darf nicht geschossen werden mensch ja das haben die blende zeit noch nicht verstanden merke ich das beschwere ich mich auch schon immer drüber weit meine ritten es rüber west die nate wohl nächsten der rechts vom sand die in so einer schlucht da muss ich doch keine netwerfen hast du da er nicht hin dann verrägte ich offiziell neben dir und ich bin da ich bin da ich bin da hier ja soll es auch in deckung gehen rechts von der konkrete kugeln ich bin schon richtig safe nur dass ich da genau da wo du gerade standest erschossen wurde da ich nur doch richtig ist nicht drin mir nach jungs mir nach folgt mir und puto folge der rung von bekaner mal kurz so müssen wir uns da vor sich in uns ist neuer aber ich habe mich hat geil die bieten Antarkozex hinter mir ich dachte stand es hinter mir ja als andere hinter dir ja hinter mir waren zwei Leute also dann also und auf dem einen hinter mir und auf dem anderen hinter mir es ist einmal hinter unserem felsen stand einmal und einmal vor uns dann halt oder hinter uns je nachdem wie das ich habe nein 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 nicht töten nicht töten ich bin Sunny meine Fresse letzte Nacht ja trotzdem er tötet keine Sunny solange ich Sunny bin da tötet man mich recht nicht mein Gott bin ich schlecht kann ich nur bestätigen ja ihr habt jetzt ein Spawnbeacon hier drin jawoll dann lass mich liegen dann komme ich mit dem Spawnbeacon rein aber ich bin gar nicht mal so schlecht ich habe 7,8 das ja cool damit jetzt sind wir jetzt sind wir in Abpunkt 7,8 habe ich jetzt ich will immer Granaten werfen aber das sind sie immer West Granaten es bringt bloß nix wenn ich die auf der Gegner werfen wäre cool wenn es dann durch so ein Virus freisetzen würden wo sie dann tötet den Gegner der langweilig ich finde es cool da vor allem auch ziemlich OP ah was oh lol wo ist ah wenn du mit deinem wiederbelebnis kann er zwischen den zwei Gebäuden ach so wer hat das geplant ist der A Punkt hier den mag ich total gern und ich habe ihn auch gecaptured ich habe ihn gesichert du Affe nein das war leider ich ich stand nämlich schon länger drin wie du ich stand nämlich schon drin wie er noch komplett voll war rot ich habe auch Punkte gekriegt sichert ja irgendwie kommt da einer ich sehe ihn bloß nicht aber ich habe viermal sicherungspunkte gekriegt aha mäßig liegt draußen pass aber auf da steht einer oben und kämmt den Eingang ab wie soll ich dann zu dir kommen zu Fuß zu Luft zu Land ok irgendwie halt wäre praktisch das Beispiel so so wäre es schon mal ganz gut gewissen ich habe dich doch geholfen ja danke ich auch drum bin ich auch dankbar das ist meiner nein habe ich schon ja ich hätte aber viel schneller wiederbelebt du what the fuck ich habe mir diesen x hardcore x aber ich kann ich mache ich kann jetzt jeweils immer gescheit kaufen ich habe ja meine meine leuchtpistole habe ich ja jetzt das scheiß Sniper wo ist denn so ja dann gibt endlich Geld für eine bessere medica für ja mache ich ja auch die muss voll gelebt sein wenn ich hier was bringt ich kann auch voll spielen hat der eigentlich oh man ist der b oh alter yoga jahr zu schlachten uns zu erzählen aber mindestens zu c sei hier unter mir alle tot guter rolex direkt in der tür wo ich eben schon tot war ja genau aber da kommt wieder ja mongobingo kommt und hat mich und wieder nicht und nochmal und jetzt komme ich ums eck und schon wieder tot jawohl dreimal belebt dreimal tot ja man das hat es dein und es ist mongobingo nicht mehr da doch mich hat er geholt dann hole ich dich jetzt halt granate hab dich ja also städt lieber nicht ne bei es hat uns und und ich will auch wieder belegung bitte ich bin auch da jetzt ist es war jetzt vier mal in 40 sekunden vier mal wieder werde vier mal gestorben das schade war da ist an dies aber nein ich habe autos von gemacht natürlich bin ich jetzt erholen neuen sand die ich bin bei hell canyon jetzt wo bist du hell canyon da wo dark metal blue ist äh blau dark metallic blau äh äh hell canyon das ist aber unsere base ah ja ich habe ja autos von gemacht ja wie hast du es geschafft zu spawnen dir ist kein spawnpunkt du bist bei maddison's triumph da war halt scheiße ah ja gut dann bin ich halt da ist doch so ähnlich glücklich sind sie da wer die waren uns und der hat keine die waren es ja die wand kommt immer gut äh und besser ich mit einem sanderer zum einsetzen los ohne einsatzschirm weil ich das noch nicht das geld habe jihau das kostet nur ungefähr 500 serfs und ein sani wird fast unbesiegbar durch ja und wer will unbesiegbar sein ist ja langweilig die werden trotzdem immer weg geholt das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja